Hallo, ich möchte euch gerne begrüßen bei uns in der D-Box in der Hofgasse 7. Wir sind jetzt seit nun elf Jahren hier zu finden und möchte euch gerne unser Sortiment vorstellen. Das heißt, unsere Kernkompetenz liegt auf der Hose. Darunter verstellen wir die Jeans, die Chinos, die Cargos. Wir haben darüber hinaus auch natürlich Oberteile, Jacken, Accessoires, also alles was man für ein perfektes Outfit braucht. Uns und unseren vor allem langjährigen Mitarbeitern ist es besonders wichtig, unsere Kunden individuell zu beraten, ein perfektes Outfit zusammenzustellen und um das Ganze auch in einer gemütlichen Atmosphäre zu gestalten, bieten wir Getränke an, heißt ein Glas Prosecco zum Shoppen und wir schicken unsere Kunden nicht nur mit dem perfekten Outfit nach Hause, sondern auch mit einem Gratis-Pack-Ticket. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns!